So meine Lieben, jetzt geht es um den Fabricator. Jetzt wird die Sache sehr, sehr komplex und ich hoffe, ich kann es gut erklären, weil wir fangen mit der schwierigen Variante an und das ist die mit den verstärkten, mit den harten Eisenplatten, wie ich sie hier geschrieben habe und die werden direkt zu Rahmen verarbeitet. Das Ganze ist quasi direkt im Verbund aufgebaut und es ist darauf angelegt, dass erstmal die Schrauben verteilt werden. Erstmal nochmal zu der Größe, das Ding oder die Anlage ist sieben Fundamentplatten, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben braucht ihr also mindestens von der Breite, die Länge ist flexibel. Ich erkläre auch gleich nochmal warum. Ich habe es mal hier mal kurz angeschmissen, weil die stehen momentan, ist auch egal warum. Von hier kommen die Schrauben rein, die dritte Variante auch, weil wir brauchen ja mehr und 720 ist ja so eine Grenze, 480 auch, vor allen Dingen zum Anfang. Und dann gehen die eben halt die Schrauben bis hier hinten durch und dann kommen die von der anderen Seite entgegen. Das macht die obere Linie, die verteilt, die könnte ich auch verdoppeln. Ja, könnt ihr also zwei oben ranlegen und die dann hier unten wieder einführen, ein sehr schönes Wort. Und dann würde das wieder funktionieren. Also es sind im Prinzip nicht acht Anlagen, sondern eigentlich vier halbe, wenn man es nehmen möchte. Ich habe das hier sozusagen auf, ja, zwei Drittel, ein Drittel wird von der Seite und der einen Drittel von der anderen Seite. Das gilt aber nur für die Schrauben. Ja, die Platten kommen komplett einmal von hinten hier bis nach da durch. Die Weichen nenne ich sie jetzt mal. Ja, und die harten Platten, die hinten rauskommen, auch wieder sehr schöne Wortwahl, ja, gehen einmal hier rum. Ja, quasi durch den Dickdarm einmal durch auf die andere Seite, sodass das direkt parallel steht. Und dann werden sie hier hinten rausgelassen, ja, das, was übrig bleibt. Und hier hinten haben wir dann wunderbar die Rahmen, die könnte ich jetzt nach rechts oder nach links abführen. Ja, hier steht dann schon die nächste Fabrikanlage, aber das hat Organisationsgründe. Wie man das letztendlich macht, ob die hier von rechts oder von links wieder nach draußen gehen, wohin ist egal. Das Ganze lässt sich alles sehr gut verschieben. Ja, also ich kann das Ding quasi auch von der anderen Seite reinführen oder eben halt rum. Man muss da nur ein bisschen drauf achten, um dieses Spiel dann auch ordentlich zu machen. Ja, derjenige, der das hier bauen möchte, muss sich eben halt darauf konzentrieren, dass man genau weiß, aha, gut, ich habe jetzt hier links, ja, und dann muss der auf der anderen Seite wieder raus. Ja, der muss hier stehen. Ja, weil die, die links produzierten Platten müssen auf der rechten Spur liegen. Weil auf der linken Spur kommen ja die weichen Platten hin. Ja, und dann immer so gucken, das ist hier, ich nenne ihn immer Kraken. Ja, den Begriff werde ich nur öfter sagen, weil das sieht aus für mich immer wie so ein Kraken, weil rechts und links die Dinger abgehen, ne, also die Förderbänder. Ja, und der verteilt dann hier alles. Der liegt immer schön glatt auf, auf dem letzten, und dann führt der obere dann rüber. Aber auf der anderen Seite genauso, damit es schön symmetrisch aussieht und wunderbar funktioniert. Ja, also da haben wir hier 40 Rahmen, das reicht dicke eigentlich. Hier brauche ich jetzt zum Beispiel nur 10, also 30 sind sogar noch 10 Überschuss, wenn ich den nochmal voranlasst brauche. Aber das ist dann wieder eine andere Abteilung. Wir schauen uns jetzt die Motoren an. Die Motorenabteilung ist wesentlich einfacher und funktioniert nur mit einem meiner Kraken. Ja, der steht einfach nur mittig, auch ungefähr 7, ja sagen wir 6,5, weil hier einer weniger ist, breit. Funktioniert nur durch das Rezept, weil dann brauchen die Rotor auch nur Stahlrohre und Draht. Ja, so wie die Statoren hier brauchen auch Stahlrohre, Draht und das Ganze funktioniert nach dem selben Prinzip. Auf der einen Seite kommt Kupferrohre und auf der anderen Seite kommen hier die Stahlrohre rein. Die könnten auch von der anderen Seite, das ist vollkommen egal. Die sind hier schön mittig verteilt und gehen hier dann wunderbar in alle ab. Und da das Verhältnis 1 zu 1 auf beiden Seiten rauskommt, ist das absolut ideal hier direkt für die Motorenproduktion. Die steht direkt nebenan. Und es ist wie sein soll, ja, wir kommen hier wieder auf eine wunderschöne Zahl von 8. Ne, das... 9. Verdammt, ne, doch sind 8. Ne, 9. 9, Entschuldigung, ich hab den einen nicht gesehen. 9, verdammt, keine 8. Ja, aber das liegt dann an der Zahl. Da sind 6 und hier sind es 3, ja, sonst kommen wir ja nicht auf 60, logisch. Hätte ich mal hier vorne auf die Tafel geguckt, da steht es ja. Ja, also wesentlich einfacher und ich glaube, da muss ich nicht viel erklären, wie es funktioniert. Ja, den kann man mittig stellen, den kann man auch wieder außen stellen, ist egal wie. Ja, steht hier genau in der Mitte der Platte und dann führt man das hier schön von der einen Seite ein. Und auf der anderen Seite, ja, kommt das hier alles raus, schließt sich vorne zusammen. Hier, ja, die einen kommt von unten, der anderen von oben und machen quasi hier die nächste Linie auf. Also funktionieren beide nach dem selben Prinzip. Ganz einfach, das waren die Fabricator. Ja, ich hoffe, das kriegt man nachgebaut.